Dieser Nissan X-Trail steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen silbernen, fünftürigen, SUV Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 150.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2010. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.